Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und irgendein Mate hat sich die Map gewünscht. Finde ich nicht gut, weil ich kenne mich nicht aus. Aber gar nicht mal so doof ist, dass ich Bindung dabei habe. Oh, der Ramidenkopf. Er scheint unten am Gen zu sein, weil die sind weggerannt. Uh, ich kenne mich auf der Map nicht aus. Hilfe! Aber ich habe Bindung nur auf 1, ne? Also ich sehe jetzt nicht so weit. Ist das dein Ernst? Mensch, David! Wir sind auf der anderen Seite der Haupthalle. Ne, das ist noch nicht die Haupthalle. Das ist, glaube ich, nur so ein Flurbereich. Also die Map ist so groß. Seit dem letzten Patch, der nun schon eine Weile her ist, ist die Map ja auch ganz normal im Pool der Karten. Ich habe die jetzt tatsächlich schon 1, 2, 3 Mal gehabt. Und, äh... Ich muss echt sagen, nein. Hier, sie ist gerettet. Ich weiß immer nicht, können hier Totems unter den Tischen auch sein? Ich weiß, dass unter manchen Tischen... Ich habe die Luke gefunden, Leute. Merken wir uns das? Nein! Natürlich merken wir uns das nicht. Aber da ist die Luke. Okay, also von... Von der Haupthalle... Richtung Ausgang schauend links weg. Oh Gott, wir haben Ruin! Das finden wir doch hier nie. Aber zu zweit... ...kriegen wir das vielleicht hin. Ich habe übrigens so ein billiges Mad-Kit mit. Weil ich Mad-Kit aufkorkommen muss. Cool. Er hat Spannungsstoß dabei. Oder wie das heißt. Er folgt mir. Nicht gut da. Ich weiß nicht wohl lange. Hier kann ich nicht ausweichen. Oh, doch kann ich! Egal. Die Infizierung tut mir jetzt erstmal nicht weh. Sackgasse! Ja, das war's! Das ist keine Palette! Zu Hilfe doch jemand! Ach, was ist das denn hier für ein Raum! Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht. Ich laufe hier voll im Mini-Kreis. So, ich würde nie wieder die Luke wiederfinden. Also, auch wenn wir sie vorhin gefunden haben. Ich finde die Luke nicht mehr. Oh, hier ist Ruin! Ich habe Ruin! Hallo! Und ich muss doch ein Medikid aufbrauchen. Jetzt lass mich doch! Oh! 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 Hilft mir einer! Ich sehe auch meine Mates nicht. Wo sind die denn hin? Oh, schade! Oh, Mann! Aber die Jagd hat mir gefallen. Die hat mir tatsächlich gefallen. Äh, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wo ich hinrennen sollte. Es sind zwei Jens in der Zwischenzeit angegangen. Okay, man macht einen Haken kaputt. Das ist ja schon mal interessant. Cooler wäre es, wenn die mich retten würden. Sie versuchen es aber. Schauen wir mal, ob sie es her schaffen. Ich verlaufe mich ja auf der Map immer. Ich finde nie die Haken. Ich helle mich jetzt selber, weil... Sie müssen Sandikasten aufbrauchen. Ist die hier oben? Der Sandikasten ist noch nicht mal aufgebraucht. Habe ich einen Great Skill Check getroffen? Das darf man mit braunen Kisten nicht... Achso, apropos. Wartet mal. Ruin. Ach, Mist. Er hat mich in den Käfig geschickt. Das heißt, ich bin ja ultra weit weg. Ich glaube, er stirbt. Nicht cool. Tut mir leid. Ausgang. Ausgang, okay. Und Generator. Es wäre ja cool. Wenn David retten geht. Wenn David retten geht. Aber... Okay. Ja, John ist an. Ich habe keine Ahnung, wo Generatoren sind. Hilfe. Eigentlich ist es Quatsch. Das ist Quatsch. Oh. Hallo, Kamera? Hallo, hallo? Es ist tot. Ein Disconnect. Ein Disconnect. Warum? Nimm doch die Punkte mit. Das verstehe ich nicht. Sie schaden sich doch nur selber mit dem Disconnect. Weil ich glaube, ein Deep Pip kriegen sie doch trotzdem. den Müllt kriegen wir noch einen Jen an. Eventuell hat mir tatsächlich selbstsicher während der Jagd geholfen. Weil, soweit ein Jen angeht, habe ich ja... Hinterlasse ich ja zehn Sekunden keine Kratzspuren. Gegebenenfalls war er dadurch so ein bisschen verwirrt. What? Gut. Ein Shadow Raider. Ich habe halt keine Ahnung, ob die Generatoren jetzt weit auseinander sind. Oder nicht. Oder wie auch immer. Ich habe die Map noch immer nicht verstanden. Ich hoffe nicht, dass er türen kann. Oh, das ist ja widerlich. Was die da noch so hängt? Uff. Oh, ich dachte, er ist hier. Oh, shit. Wo ist der andere Ausgang? Oh! Tank, please! Obwohl, er hat einen Strahl. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, David! Muchas gracias! Ich war nervös, Leute. Ich war jetzt tatsächlich etwas nervös. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt gerade diesem Exit-Schild gefolgt. Also, das hilft tatsächlich was, wenn man an der Wand das Exit-Schild liest. Cool. Uneinigkeit. Versus Calling. Das hätte vorhin echt, als ich mich, nachdem ich aus dem Kewig raus war, verraten können. Ey, cool. Coole Runde. Ich freue mich, dass ihr da wart. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Adios. Bis dahin. Bye bye. Bye bye. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020